Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 3. In den letzten zwei Folgen haben wir uns ja auf der Erde eingefunden. Und ja, jetzt sind wir quasi beim nächsten Teil und da müssen wir jetzt einen Creeper Reaper ausschalten, der den Strahl bewacht, mit dem wir uns denn auf die Cheatadelle begeben wollen. Aber vorher muss ich jetzt hier fix noch ein Jarvis, eine andere Waffe geben. So, zack. Ähm, Akkuleitstufe 1 natürlich. Phalanx. Phalanx. Durchschlag und... Schaden. Scheiß auf Präzision. Ähm, yo. Okay. Das bin ich. Das ist Tali, das stimmt alles so. Okay, Feuer frei. Und das ist auch der Teil von Mass Effect, den ich am wenigsten mag. Also... Diese Mission ist einfach... Boah. Besonders der Survival-Part nachher, der macht überhaupt keinen Bock. Auf dem Schwierigkeitsgrad wird's bestimmt ziemlich assig. Sollte man sich vielleicht auch nicht den ein oder anderen Tod einstellen. Ja... St J пов saygern... Oh ja, das ist Kass겨. Ja... Eui, 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 eui. Und wir nehmen die Pistole, Waffen Vielleicht hätten wir doch lieber Liara mitnehmen sollen für die Für die Dings hier, na, spuck's aus, ähm Für die, hä, hab ich hier keine Munition genommen? Jetzt will mir die Fähigkeit nicht einfallen Singularität, meine Fresse Singularität ist doch wirklich eine der geilsten Fähigkeiten überhaupt für Mass Effect, wenn es um Crowd Control geht Oh, dass hier auch gleich schon voll mit Armor ankommen Das ist ganz schön A7 WTF? 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 Oh, come on! WTF? 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 Oh shit WTF? WTF? WoW Das ist noch alles einfach, ey. Da gibt mir schon wieder die Muffe. Schießen. Schießen. Kein Rückzug. Heuschrecke, heuschrecke. Oh, natürlich. Hey, heuschrecke, ade. Oh, fuck. Benji ist auch noch. Ich kann jetzt überhaupt noch keine Benjis gebrochen. Oh, fuck. Und das ist das eigene Benji zur Zeit, ne? Oh. 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 Ähm. Defensiv. Andere Waffe. Aus dem Weg. Schwerer Beschuss aus dem ersten Stock. Wir brauchen Unterstützung. Wir versuchen, das Gebäude zu sichern. Oh. Duken. Nein, 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 nein. Shepard. Runter. Oh. Jisms. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter, du musst echt nochmal mit deinen Fähigkeiten üben zu schießen. Schaffi. Schaffi, Schaffi, Schaffi. Boah. Foxtrot und Bravo unter schwerem Beschuss! Äh, jetzt kommt der Teil. Oh Gott, oh Gott. Hier könnte jetzt die erste Stärbe-Session kommen gleich. Ganz vorsichtig, Leute. Ok. Hier wäre jetzt ein Singularität super. gewesen. Nummer 1. Halt. Halt. Rolling. Rolling. Fokus. Fokus auf den Rolling. 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 Und Rolling Nummer 2 ist auch schon da. Shit. Wir haben noch nicht mal den ersten Daumen. Okay. Wo ist der zweite? Hat sie ihn direkt mit zerfetzt? Oh. Halt. Wir müssen mal gucken hier die Munition. Ob da irgendwo noch gleich Granaten mit dazu sind. Granaten? Hallo? Einer. Okay. Naja, besser als gar keine. Besser als gar keine. Besser als gar keine. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Ja, no shit. Jisms. Ich pupel hier in der Nase. Verdammt. Kompany Kilo wird verlegt. Der Verwüste an dem MG. Immer wieder lustig. Verwüste an dem Fokus. Kompany Kilo wurde ausgeschaltet. Kompany Kilo wurde ausgeschaltet. Kompany Kilo wurde ausgeschaltet. Ja, und so verhält er natürlich Partikelwaffen und alles ab. Das ist natürlich vollkommen korrekt. Danke, wir rücken weiter vor. Ja, 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 ja. Mums. Mums. Blablabla. 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 Wenigstens bist du im Schlaf gegangen. Hoffentlich. Quicksave! Oh, gut, da können wir auch Hauptschiff anlegen. Endlich mal! Oh, nene! Oh, nene! Oh, nene! Oh, nene! Uuuuh! Also, guten Männer! Augen aufhalten! Die Gebäude geben uns Deckung! Aber der Feind kann sich besser verstecken! Verstecken! Hm... Hm... Obwohl, die Granaten sollten wir für die Hohlinger aufheben. Ja! 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 Warte mal, wir wieder aufs Sniper wechseln. Sichtweite besser. Oh, dass er nicht immer automatisch nachlädt, ist zum Kotzen. Also nicht immer. Aber immer öfter. Oh, das ist nur eine Leiche. Oh, fuck. Oh, verwüstert. Oh, come on! Ich hätte da wahrscheinlich so ein Slow-Modul einbauen sollen. Runter, 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 runter. Oh, shit. Müssen wir uns gerade mal selber heilen. Weil sonst kriegen wir irgendwann mal einen AOE-Schaden ab und sind dann weg. Wir müssen schon treffen. Come on, Shepard. Okay. Verwüste als nächstes. Da müssen wir jetzt rein. What? Hier vorne schon ein Rolling. WTF ist da los. Ein bisschen early. Na gut, das ist auch der Schwierigkeit. Es ist gar nicht. Oh, fuck. Das ist nix hier mit Waffen. Oh, fuck. Okay. Quick Save. Und ein paar Granaten wäre jetzt nicht schlecht. Ich wünschte echt mal eine Biode. Lindsay hat mehr Bums. Jutik hätte mehr Bums. Jutik hätte mehr Bums. Oh, Jizzn Ich glaube Ki im Nahkampf sollten wir vielleicht wieder wechseln Was war das denn? Das war ja nix Also irgendwie war da grad das Zielsystem nicht so freckelnd Jetzt werden langsam mal wieder ein paar Granaten schwimmen Wir können echt ein paar Granaten gebrauchen Quicksafe geht wieder nicht, ist sehr schön Können wir den Hauptsafe machen? Ne können wir auch nicht Der Zerstörer hat uns entdeckt Wir machen die Taniks Raketen schussbereit Nicht teuer, sie machen ihn nur wettend Aber wir haben vielleicht keine Wahl Granate Back Der Zerstörer hat gerade die Hälfte unserer Kompanie ausradiert Oh 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 Jisims, jisims, jisims. Hallo? Was war das denn gerade? Quick save? Yeah, wo kann ich bald gehen? Hey, die Wilde habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wir sind am Treffpunkt. Ammerkompagnen, Meldung! What?! Das war's. Das war's. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Strahl zu tun. Okay, ähm, focus auf den... Oh nein, falschen Skill genommen. Oh, ist egal. Keine Munition ist schlecht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Okay. Okay. Oh. 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 Nh... Yess.. Ehm.. …mach.. Machen wir an der Stelle noch nen Break und kümmern uns dann in der nächsten Folge um um das Beschützen der Raketenfahrzeuge und um das Abfeuern der Raketen, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!